Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch wie man mit ganz normalen Spielkarten, hier seht ihr sie, wirft. Ja, dann fangen wir gleich einmal an. Ich muss das kurz wo hinstellen. So, ich nehme hier ganz normale Bicycle Karten, kennen vielleicht viele von euch. Und ich nehme sie hier, ich nehme sie hier, also zwischen Zeige und Mittelfinger, nehme ich sie, dann rolle ich sie so ein, meine Hand, und dann hole ich mit Schwung aus und dann zack, seht ihr, sie ist geflogen. Jetzt nochmal in einer anderen Perspektive, das heißt, ihr nehmt die Karte so in die Hand, rollt eure Hand so aus und dann zack, habt ihr gesehen? Noch einmal, also ihr rollt das ein, nehmt die Hand zurück und dann, habt ihr gesehen? Das war mein Video, ich hoffe, euch hat das gefallen und ja, bitte abonnieren und liken nicht vergessen. Vielen Dank.